Ja, du stehst neben mir. Okay, dann fahr. So, dann speichere ich den Wagen. Ah, ne, kann ich nicht, ich muss den fahren. Das ist zwar einer der geschissensten. Das ist der Wagen, wo ich vorher gefahren bin. Wee! Jetzt bin ich wieder in einem anderen Auto. Wo ist denn da jetzt gewesen? Du stehst jetzt 226 Meter von mir weg. Warte mal, steigen wir mal in den Wagen. Ich stehe, ich spiele gerade leider nicht. Ich bin jetzt hier in dem Local News Wagen. Jetzt! Ja, genau, du bin ja auch. Ja, warte, bleib stehen! Ich glaube, wir müssen gleich nochmal neu starten. Kann ich nicht. Nicht so nicht. Kann man da irgendwie... Oben, vielleicht hinten. Warte. Oh, du gefährst mich an. Der funktioniert doch. Kann man sich irgendwie bücken? Es funktioniert zumindest Rock-Docs. Fahrzeug surfen? Juhu! Ich bin in den USA. Hahaha, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Was? Weil kein Autos surfen? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ah, komm, spring, Rock-Docs. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Ich suche auch schon zum Rock-Docs. So. Wir mecheln uns übrigens von der Mörder... Jetzt zervt die Scheiße doch! Der schaut trotzdem aus wie Rock-Docs. Das war ne Fesk, man. Komm, fahr mal weiter. RTL 2 News. Ich muss hierfür auch den Stick die ganze Zeit hin und her bewegen. Ach, du heilige Scheiße. Oh, ist das schwer! Ah! Abkürzung. Pfosten. Der kommt übrigens tatsächlich fast ganz auf hier. Da oben ist ein Peacemaker. Du Fotze. Gucken, ob die stehen bleiben. Ist das die Kirchen, wo ich immer hingehe? Weiß ich nicht. Was ist da drüber? Warte, warte, warte. Ich hol mir gerade einen Peacemaker. Komm mal her! Ah, Conny! Du bist immer noch... Du bist immer noch 500... Achso, ich bleib stehen. Ich seh dich ja nicht. Das ist ja das Schlimme. Nee, aber ich seh dich. Kannst du mal aufhören, du blöder Nuttenpolizist? Wir starten gleich ja für das Spiel nochmal neu. Steigst du denn auch nochmal ein? Äh, ich komm schon zu dir. Ich bin jetzt gerade da hinten. Da bin ich schon, ja. Wenn der Mauer umpflückt, dann warst du zufrieden. Sag mal, der steigt wieder in der Fahrzeuge ein. So, wir speichern mal gerade. Das ist übrigens nicht wichtig. Speichern, es wird immer überschätzt. Neuer Spielstein. Inhalt wird geladen. Spiel fortsetzen. Äh! Ah, ich seh dich wieder! Ja, sehr schön. Das hat's gebracht. Peacemaker! Äh, mh. Bist du jetzt ausgestiegen? Ne. Du glitschst einfach nur hin und her. Du glitschst nämlich extremst hinterher. Ich weiß jetzt ja nicht, wieso. So, warte, jetzt gucken wir mal, wo wir denn hinwollen. Oh Gott. Äh, wo ist denn die... Das sind so viele Missionen. Wo geht denn die Hauptmission weiter? Das interessiert mich irgendwie... Das schaut wirklich aus wie GTA 4. Warte mal, Schi... Image as a design. Plastischer Chirurg. Sollen wir da mal hinfahren und gucken, was ein plastischer Chirurg macht? Natürlich, da sind wir in der Nähe. Warte mal. Fuhren mal. Ich seh noch mal die Menschen herumfliegen, aber das macht anscheinend sowieso nix. So? Ich gebe mal ein wenig ein Gas da. Du fährst so langsam. Du fährst so wie ein Omsi. Sag mal, mal gucken, was denn jetzt hier passiert. Krieg jetzt vielleicht eine... Sinn is law above all. Du bist englisch, mein... So, plastischer Chirurg. Bei Image as a design kannst du dein Aussehen sowie deine Spottgesten und Komplimente verändern. Nee, das kostet so viel Geld. Das ist mir zu teuer. Ich mach mal die Stimme wieder normal. Nee, meine Stimme soll so schön bleiben. Die kostet 600... Achso, kostet 500. Oh mein Gott. Wie schaut denn das... Dieser Mensch aus. Make-up. Okay. So, ich hab mal grad meine Stimme in der... Machen lassen. So, warte mal. So, kommst du mit oder hast du jetzt auch gemacht? Ey, ich bin grad beschäftigt. Du wirst dann wahrscheinlich guessing, was ich grad mach. Ich verunstalte diesen Typ sowas von... Du warst doch vorher die sexy Bitch, oder? Oder hast du das mal irgendwie geändert? Nee, nee, ich bin der sexy Halberer. Da, schau her. Wie schau ich aus? Was sag' mal was zu mir? Wo bist du denn? Äh, hier. Da, grüß dich. Schau mir mal an, bitte. Was sagst du wieder zu mir? Schau wieder geil aus. Ja, tust du. So, was machen wir denn? Äh, ist hier irgendwie eine Hauptmission, oder so? Wo man hin kann? Du, ich hab keinen Plan. Muss es doch irgendwie geben, oder? Schau mal wieder mal. Panzerwandalismus? Es muss doch irgendwie weitergehen. Ja, wahrscheinlich ist das die Hauptmission. Wo denn? Kannst du mir das markieren? Todesmarkierung. Freunde im Kopf bekämpfen. Ach, ich muss die bekämpfen! Ja, gut, mach mal. Nee, keine Ahnung. Ja, willst du fahren? Ich weiß es ja nicht. Du, keine Ahnung, wo wir hin sollen. Erik! Ja, ich fahr mal. Gib mal her. Wir fahren jetzt irgendwo hier. Komm, nimm mal aus der Karte. Wie steigst du bitte wieder? Geh. So, dann kann ich den Troll nochmal gerade weglegen, oder kann man hier... Wie steigt man denn aus? Wie hast du es geschafft, auszusteigen? E. Warte mal. Ah! Sorry. Hey, Rockdogs. Ich hab doch meine Stimme geändert. Es kehrt so. Ey, wie schaut man das Sirene ein? Äh, bei mir ist das rechter Trigger. Fummel. Wie hab ich es rausgefunden? Es ist F wie... Fummel. Ferene. Ferene. Ferene Mayer. Äh, drück mal irgendwie einen Knopf, dass du das speichern kannst. Ich weiß nicht, welches ist. Bei mir ist das Gamepad nach unten. Warte mal. Immer speichern. Steuerung. Spiel speichern. DT 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 Fahrzeug Inhalt wird übertragen einere Drehungen lernen also warte mal schauen wir schnell man kann das Ding nämlich in die Speichern um wo ist denn das bitte drinnen zu Fuß Fahrzeug Auto Motorrad Flugzeug Panzer Hubschrauber Auto Motorrad zu Fuß allgemein wahrscheinlich ja das ist irgendwie auch nicht man kann das nämlich dann irgendwie speichern keinem Plan vielleicht E gedrückt halten E gedrückt halten oder E drücken dann steckt er aus vielleicht ist es irgendwie eine sinnvolle Tastbelegung es ist wahrscheinlich V für Fave ach ich hab's geschafft das war auch nicht so ein Auto was dann sich so dreht N N N ist das N N N wie Nut Nutella ok ach du hast es selbst gefunden weg da ich hab keine Zeit da steigen wir mal raus bitte keine ahnung was zu gehen so begebe ich zu den checkpoints was so ist der checkpoint oh scheiße ich fliege nicht ich fahre im auto was was machst du jetzt was bringt mir das jetzt es verfolgt mich aber die checkpoints sind aber so scheiße gemacht dass man nicht sieht wo der nächste hingeht musst du mich jetzt zerstören oder was wie geil wie geil ist denn es war so klar dass es hier nach rechts ging geh komm jetzt vor doch einmal du kack ding wie geil ich liebe ja sowas nein 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 mein freund das nicht weg der weg auch auch ich stehe können wir nicht handy antenne wie fliegt man in der höhe Wie fliegt man denn in der Höhe? Wie fliegt man denn in der Höhe? Äh! 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 Aua! Aua! Geh weg! Aaaaaah! Du musst mich nie was kriegen! Geh weg Mülltransporter! Aaaaah du Sau! Oh! Okay Conny! Nee! Wir müssen nur tief fahren! Okay! Weg da! Hin muss doch grads! Ich kann dich auf jetzt! Aaaaah! Scheiße! Wo bist du denn da tief fahren? Wo bist du denn hier fahren? Wo bist du denn hier fahren? Du musst zum nächsten Checkpoint fahren! Wo ist der Checkpoint? Ist das blau oder das ist das rot da? Kann fahren das Auto nicht wahr? Scheiße! Ähm! Fuck! Ich stimm mich aber eigentlich überhaupt nicht mehr da oder so! Nochmal! Das ist so geil! Scheiße! Das ist so geil! Dieses Spiel ist so mega! Ich liebe dieses Spiel! Oh! Jetzt bin ich auf einem Motor... Oh! 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 Jetzt bin ich doch so ein Penis! Ähm! Bist du jetzt direkt hinter mir auf dem... Achso! Du bist... Äh! 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 Geh weg! Ach! Was ist das für Spinn jetzt gerade explodiert? WAHU! Bist du tot? Dann verstecke ich mich irgendwo! Nächste Hubschrauber! Umschalt! Ah! Umschalt! Umschalt ist höher! Ja! Das soll das mir vielleicht mal vorher sagen! Äh! Was war das? Die Motorradsteuerung ist ein wenig dodgy! WAS?! Ah! Steigflug! Okay! Oh Gott! Was ist denn das für Steuerung? Ich habe gewonnen! Nochmal! Ah! Ich feiere sowas so! Meine Fresse! Oh! Ich darf wieder fahren! Jetzt müsstest du wieder in einem... Helifopter! Helifopter sitzen! Genau! Das tun wir! Wie geil! Ah! Ich sehe es nur überall neben mir einschlagen! Bist du wieder in so einem Alien-Ding? Oder in einem richtigen Helikopter? Naja! In einem richtigen Scheiß-Ding! Immer geradeaus fahren! Dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat-dat! Scheiße! Ich muss jetzt zum nächsten Checkpoint! Ne? Shit! Weg! Nix! Nix! Jetzt habe ich nix mehr oder was? Bin jetzt kaputt, weil ich nix mehr habe! Ich habe nix mehr! Haha! Tja! Ich habe nix mehr! Oh! Irgendeine Drift! Wo kam das jetzt her? Oh mein Gott! Oh! Wo hast du die ganze... Ich seh noch nicht mal richtig was.